Ich hab ne Glatze. Ich bin sprachlos, das gibt's doch nicht. Wie lange verheimlichst du das schon? Naja, das Ganze begann schon in der Highschool. Das Ganze begann schon in der Highschool. Ich hatte ganz schlimme Akne und wurde gnadenlos gehänselt. Ich hab alles versucht, um sie loszuwerden, aber nichts halb. Als ich aufs College gehen sollte, sah ich die Möglichkeit, mich selbst neu zu erfinden und die Chance auf ein glückliches Leben. Also beschloss ich, als Versuchskaninchen für ein neues Akne-Medikament meinen Kopf hinzuhalten. Das Zeug wirkte Wunder. Mein erster Tag auf dem College war der schönste Tag meines Lebens. Der zweite Tag war der schlimmste. Weil dir durch das Akne-Mittel die Haare ausgefallen sind. Ähm, ja, woher weißt du das? Na, du erzählst mir gerade, woher du die Glatze hast. Es wär nett, wenn du mich zu Ende erzählen lässt. Erzähl weiter. Mach ich. Offensichtlich war der Haarausfall eine Nebenwirkung. Ach, weißt du was, vergiss es. Geschichte zu Ende.